ich hoffe dass es nicht noch mehr noch noch weiter verlängert hat wollte eigentlich noch ein bisschen bisschen jäger spielen was passierten hier so werde ich wieso werde ich zurück ich habe gar nicht gespielt verliert man einfach so den rang wenn man nicht nicht spielt ich war jetzt seit sonntag nicht eingeloggt jetzt werde ich auf einmal auf silber runter das ist also auf jeden fall ein rang der mit der besser zu mir passt alles weg ein schöner goldrang warum auch immer oder haben sie eine neue runde gestartet und ihre oder so war immer noch beta oder verstehe ich nicht das verstehe ich nicht sanität da noch die leute wieder begeben uns wäre jetzt mit mir spielt haben wir es denn jetzt könnte könnte noch locker locker noch 30 40 minuten hier spielen wenn die server dann online kommen bei der scharf 21 uhr wurde es verlängert aber naja man weiß nie bei band die ob das nicht auch noch bis 22 ist nervig so kommen ich versuche mal nicht jetzt wenn ich jetzt runter gestuft bin auch selber vielleicht habe ich nur sogar noch chancen und turnieren mal zu gewinnen verliert man einfach einfach voll viele ränge und gold 1 ich war ja fast ich war schon fast gold 2 auf einmal wieder zack runter nach silber 3 ohne begründung ohne begründung verstehe ich nicht oder vielleicht haben sie das rang system noch mal angepasst ich bin ich bin ich bin ich bin immer jäger spieler bei der serie jäger ist immer so mein das beste danach kommt warlock und der titan der ist halt im spiel drin aber man muss ihn ja nicht anfassen moichler muss ich spielen ich probiere ich probiere mal mit dem ucci kann ja nur verlieren aber wer weiß wenn sie das noch wenn sie die ränge jetzt neu verschoben haben hat sich das vielleicht alles verschoben das heißt hier ist vielleicht besser macht nix macht wirklich nichts wer macht ja nix alter er macht nix habe ich da schon gesagt steht eine erste sparen hat für dieses neue schuljahr spanisch gewicht gelernt also gewählt ich hatte in der schule keine weitere sprache bei uns wurde latein und französisch angeboten aber ich habe nur englisch gemacht ein bisschen was man macht ist mal so ein leichten von oben dafür lässt dass ich immer treffen von dem ein sehr merkwürdiger heißen die dinger noch mit der rüstung gesetzesbringer heißen gut ist vorne gameplay bist du sicher dass du hier richtig bist wollen wollen dass man bullet er hat auch nur die ganze zeit oben macht aber uns immer so einen schlechten schlag von oben ansonsten macht er nix ah ah damit treffe ich ihn irgendwie immer oder blocken hat er auch so nicht so bock eigentlich war sehr komisch der typ sehr sehr komisch ihr team ist victorious kicking ass and taking names ich habe aber über 30 prozent wieder für das nächste dings so immerhin immerhin IVTS moin moin hallo morgen sind jugendwahlen es gibt jugendwahlen habe ich auch noch nie was von gehört du hast englisch latein und spanisch drei drei sprachen und englisch ist ja ist ja jetzt ja er die simple variante aber latein noch dazu und spanisch da ist aber viel zu tun also schule intern ja finde ich aber wichtig dass schulen heutzutage sowas machen nein erstens erstens die season läuft ja erst gerade noch in der zweiten runde das dauert ja noch die nächsten helden kommen ja erst im november und wenn die im november kommen dann wärst du vor vor oktober wärst du da nix nix hören glaube ich was neue helden angeht ich war nicht gegen die wand hat er mich eine ausdauer gegen die wand ja noch mal weg einmal in die einmal in die die centurio falle fallen und schon bis sie ist ein arsch die wieder ausdauer ja kommt sowas ist nicht witzig auch nicht mit dem mit dem komischen schwarz weiß gesicht dahinter round two und wieder gegen die wand ja das wird nix erst einmal noch ein bisschen ist mich nicht noch mal treten das liegt aber nur daran dass ich ein befehl habe wo ich mit einem meuchler kills abschließen muss daran liegt das nein nein macht aber viele viele kicks auch ganz ehrlich genau und und das ist und wenn du ich was ich du Ah, zu früh ausgewichen. So, einfach versuchen den Typen jetzt auf Abstand zu halten, ey. Der spamt so viele Kicks und sowas, nicht nochmal wie die ersten zwei Runden hier auf die Fresse kriegen. Wenn die nächste Runde nochmal so läuft, kann ich das nur schaffen. Nein. Ach, ist ja. Nein. Nein, den hätte ich haben können. Jetzt habe ich es mir selber versaut. Hätte ich zwei Leichte gemacht, dann wäre der Kampf sogar zu Ende gewesen, dann hätte ich gewonnen. Ein Fehler, ein Fehler von mir. Aber gegen Zenturio darfst du halt keine Fehler machen. Die ersten zwei Runden waren halt auch ziemlich kacke gespielt, also verdient. Ja, 46, jetzt übertreibt er aber. Oder Zone Attack, ja, ja. Das wäre auf jeden Fall auch gegangen. wäre beides, wäre beides auf jeden Fall ein sicherer Treffer, Zone Attack oder die leichten. Oh, wir sind ein guter Treffer. Aber auch nicht. so jetzt spiele ich gegen gegen den ich habe alle drei punkte alle alle ein sieg und eine niederlage da kann ich ja noch erster werden im gruppen ding die grunts die wilden von lodering aber hat da vielleicht irgendjemand was gelesen warum warum man die ränge verliert man wenn man da nicht 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 aktiv war oder so wie das daran wenn man nicht aktiv gespielt hat einfach so einloggen und einfach so runter gestuft werden das schon nicht ich war überrascht und ich habe in den letzten tagen als die ganze zeit best wie gespielt mehrere stunden viele viele stunden auch am wochenende daher weiß ich nicht ob jeder was an den drängen gemacht haben oder vielleicht auch eine nachricht rausgehauen haben warum man da jetzt so viele ränge verloren hat plötzlich macht ja was abweg windern kann aber jetzt auch so passiv erwartet einfach nur bis ich irgendwas mache selber startet er auch keinen angriff ob das an ich hätte die ganze zeit hier rum laufe ist auch nervig wenn man da nie hallo round two Was ist das? Na? Na? Da ist er langsam darauf eingestellt, auf den Schlag von oben. Ach, mach doch, ey, mal was. Ach, kacke. Da hätte man einen Schlag noch nicht durchgehen können. Ich spiele heute echt so, also der, der, der Zenturi, okay, der, der war aggressiv, hat viel rumgekickt, den Kick gespamt und so, aber sonst spiele ich heute gegen so passiv wie Spieler. Der Gesetzesbringer in Runde 1 hat schon nichts gemacht. Und er hier, ähm, ja, wartet auch immer eher darauf, dass ich irgendwie was starte. Ich bin so blöd, wenn ich den Kampf, also wenn ich den Kampf starten muss. Mag ich nicht. Moin, Gordi. Ja, komm, der, der, der hätte mal Krieg gehen können hier. Na? Was verliere ich? Komm mit dem Gladiator überhaupt nicht zurecht. round four round four round thirteen round Boah, ist das anstrengend. So schnell der Schlag von oben bei dem. Man, ist das ein nerviger Typ, ey. Ja. Na, fängt auch noch an mit antäuschen. So. Mach ich es eben so, ey. Schnauze voll. Ja, oder schnell spielen, weil der Gladiator hat einen sehr schlechten Block. Also der ist ganz kurz wie bei einem Shinobi. Einfach leichter zu attacken, sondern am Ende, die kann er nicht so schnell blocken. Wenn... War scheiße, aber... Hauptsache der Sieg ist da. Und er hat damit... Er hat damit nicht gerechnet, weil ich ja eigentlich auch vorsichtiger gespielt habe. Hat er eben damit nicht gerechnet, dass ich da dann... Mal ein bisschen flotter die Schläge rausballer. Überraschungseffekt und sowas. Jakob, ich glaube, mit Destiny die erste Folge war ein bisschen Glück, weil die Spieler noch nicht so eingespielt sind. Ich bin ja selber auch noch an experimentieren, mit was für Waffen man da so spielen kann heute. Oder überhaupt jetzt im zweiten Teil. Und ich habe noch keine gute Auswahl. Ja, wie gesagt, ich wollte heute eigentlich Destiny streamen. Hat er eigentlich so gestern geplant. Da fange ich so am Nachmittag an. Ja, und dann, ja. Wartungsarbeit. 16 Uhr. Also ab 16 Uhr ist man nicht mehr reingekommen. Und nun steht man da. Ohne... Ohne Lichtlevel. Ich habe bei allem Glück, ja. Ich bin im Glück geboren. Nee. Wenn man kein Können hat, dann muss man mehr Glück haben. Das ist halt die gute Mischung. Was dauert jetzt hier noch so lange? Kämpfen die anderen noch? Oh, guck mal, im Gegner hat jemand einen neuen Punkt. Der hat alles gewonnen. Ich bin Gruppensieger bei B. Was passiert grad wieder nix? Hier sind die Befehle. Nee, da. Heels mit Meuchler. Deswegen spiele ich hin. Ah, endlich. Ich bin qualifiziert, ja. Bei zwei Gruppen auch keine Kunst. Die kommen sowieso alle in die Endzone. Ich spiele gegen die Morgenlöwen. Ich bin noch nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr. Hier sind die Mischung. Ich bin noch nicht mehr. Vorher gegen die Bastarde. Battle of the Bastards. Scheint aber noch nicht so wirklich bereit zu sein, der Gute, der lässt schön die Zeit runterlaufen. Hier ist rausgegangen, ein Bot, ernsthaft, im Turnier, na dankeschön. Ciao Gordi, ich wünsche euch eine gute Nacht. Wie lange ich heute streamen, ein bisschen länger, also ich will ja eigentlich noch Destiny spielen. Ich hoffe ja, dass sie noch vor Mitternacht online kommen, die Server. Gegen einen Kenzei-Bot. Ja klar. Ach komm, ich glaube, so ein langes Schwert haben wir. Kann passieren. Werden wir hier auch noch, ja quasi der Sieg fast geschenkt, wenn ich jetzt gegen den Bot natürlich nicht verliere, heißt das. Warum gegen Bots? Weil der Gegner ausgegangen ist. Habe ich mir nicht ausgesucht. Und Moin Giger erstmal. Was, dein Match wurde serverseitig abgebrochen? Jetzt. Ah, aber, aber wenigstens habe ich, wenigstens, wenigstens halte ich den Sieg. Dankeschön. Also wenn man gegen Bots spielt und dass die anderen fertig sind, wird man dann automatisch rausgeworfen? Hm. Egal. Egal. Gewonnen ist gewonnen. Dieses System. Dieses System. Jetzt muss ich noch warten, bis die anderen sind ja noch alle am Kämpfen. Toll. Bin ich im Halbfinale. Und wieder. Daher, aber dafür, dass der Spieler rausgegangen ist, kriege ich keine Rangpunkte. So. Dann warten wir halt. Ich denke mal, ich kämpfe gegen im Finale. Also sollte ich das schaffen überhaupt? Also gegen diesen Sturmtypen. Der hätte nämlich auch schon wieder gewonnen. Glaube ich. Ja. Er hatte ja in der Gruppenphase schon neun Punkte. Oh, da ist schon der Gegner. Gegen die, gegen die Wilden von Lordaum? Ist das nicht schon wieder der, der, der scheiß, ähm, Gladiator, ne? Man. So ein Kack. Red Sun und Chewie, moin moin, hallo. Schon wieder gegen den Gladiator. Schon wieder gegen den Gladiator. Wenn, warte, wenn der das ist. Die Wilden von Lordaum? Äh. Oder war das, war das jetzt? Ne, der Gladiator war das nicht der, ne, das war nicht der Bastard. Doch, das war der Gladiator, ne? Das müsste er sein. Der Bastard ist ja rausgegangen, das war der Bot. Das war das Viertelfinale. Ja, das ist der. Ja. Ich freu mich schon. Na, ich wechsle einfach den Charakter. Vielleicht spiel ich mit dem Highlander gegen den. Hab ich schon mal gewonnen habe? Nö. Bin nicht so gut dafür. Keine Ahnung, Creaky. Hab noch nie Endload bekommen. Ich glaub nur, die Gewinn kriegen doch auch wirklich was Gutes. Ich glaub, das mach ich wirklich. Ich nehm den Highlander gegen den Gladiator. Dann knall ich dir ein paar Dinger um die Ohren. Vielleicht klappt's. Vielleicht geht's auch nach hinten los. So, was sagen die Destiny-Server? Sind die immer noch offline? Warte, lange läuft noch. Eine Stunde verschoben. Naja, die sagen immer noch 21 Uhr. So. 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 Im Halbfinale war ich auch schon 3-, 3 May, ja. Oh, es geht los. Blazeshire Gruntz So, ich versuche es einfach mit dem Highlander Dein Versuch ist es wert Wenn es nicht klappt, Pech Und er ist bestimmt immer noch der Gladiator Hier ist jetzt Orochi Vielleicht hat er gedacht, ey, das war der Orochi von eben Nehme ich auch mal den Orochi Er hat auch gewechselt Kein Gladiator mehr Das ist natürlich jetzt scheiße Weil der Orochi ist eigentlich ziemlich gut gegen den Highlander Wenn er den Ausweichschritt macht, treffe ich meine Schwere nicht Die zwei selber gehen wieder Okay, dann wechsle ich nach dem Turnier mal rüber Da, siehste, da war der Da war nämlich der Ausweichdingens Nein Ach, macht er noch einen Guard Break Ernsthaft Jetzt meine ich, dieser Ausweichschritt nach hinten Das ist eine richtig gute Waffe gegen Highlander Wenn man Orochi spielt Jetzt hat er eben das Timing ein bisschen zu spät gehabt Aber sonst könnte er mich damit total auseinandernehmen Ach, das ist ein bisschen zu spät Ja, das ist ein bisschen zu spät zum glück hat die wand getroffen beim schubsen dachte schon die steht vielleicht ein stück zu weit weg so jetzt nur nicht versauen vorteil ist vorteil ist auf meiner seite dass das Ah, da ist alles Habtisch ein rot war sogar schon um 9 nicht schlecht 51 ist nicht ab naja aber immerhin kann man sich dann schon mal in die warte schlange einreihen und ein bisschen wenigstens um 23 uhr drin weißt du ja ich habe ab gehabt naja sage ich doch ich spiele gegen diesen sturm reiter er bisher alles gewonnen in gruppenphase hatte der platz hatte der neun punkte die gewinnt er auch alles schweres finale glaube ich ich bleibe beim highlander vielleicht oder ja doch auch bei meinen beim highlander ist eigentlich immer noch der vorteil dass einige oder viele spieler mit denen einfach noch nicht zurecht kommen im glück geht mir genauso und nicht gegen den spiel warum dauert das eigentlich nur sind das finale er und ich da und erwartet trotzdem noch so lange ihr besseres zeichen als mein bescheuertes vielleicht geht er auch raus und kriegst ein bot nee leider nicht oder da ein böses emblem ist auf die fresse was hat der für eine klasse das also durchmarschiert ist ins finale stimmt was ganz nerviges der serker 34 da muss ich echt aufpassen die berserker macht so viel so viel schaden bestimmt wieder so einheit der sowieso so antäusch krams macht antäuschen hier antäuschen da und es liegt schnee rum und einer der der am posieren ist er ist sich der sache sehr sicher nein ich darf ich glaube ich nicht so nicht so machen lassen nicht so dicht an mir rumtänzeln ich bin da auch noch da oben hin ich bin da auch noch ein bisschen силь stein ich weiß nicht ich bin da auch in der ernsthaft bis 23 uhr ohne witz es verarscht mich aber weil ich das gerade gesagt habe was machen wir mit den servern und warum warum machen wir es nicht nachts wie keiner spielt bei den krank ist es viel zu riskant irgendwie was mit offensiv haltung zu machen weil es so schnell ist und er sehr aggressiv spielt da benutze ich lieber lieber meine eine hyper armor auch wenn es in viele ja das war doch ende hoch die hände immer noch kein wochenende danke arbus dankeschön das erste mal vielleicht liegt es auch daran dass ich runtergestuft wurde von gold weg also von gold 1 jetzt runter auf silber vielleicht habe ich das da einfacher und für die valküre ja toll aber sieht nett aus auch für die valküre der kopf schmuck oh ein sternchen ding ins parierstange nice legendary welchen lang habe ich jetzt bin ich noch mal gestiegen nope der gab gar nicht so viel komisch rexo moin moin die kirby armee kirby kenne ich noch habe ich noch früher auf dem gameboy gespielt war das game ja doch oder nintendo so haben wir uns das ding mal rein er kämpfe mit dem roti waren aber eigentlich auch gar nicht so schlecht dafür dass ich den gar nicht so viel spiele in guten noch schaden im doch kann als ich noch gameboy gespielt habe gab es da noch keinen color das war grün aber bringer bringer ist mein law bringer ist habe ich den habe ich den schon mal gespielt ja alle alle charaktere die ich hier nicht auf ruhm habe die mag ich eigentlich echt überhaupt gar nicht oder der 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 wächter zum beispiel doof diensthüterin auch nicht gut bringer mag ich auch so vom ganzen style irgendwie nicht kensei geht gerade noch so aber ich hasse sie halt als gegner und schon gucki mag ich auch nicht und der shinobi auch nicht und bei den gladiator hier bin ich mir noch nicht sicher den spiel ich noch ab und zu aber ich bin mir noch nicht sicher ob ich den noch weiter hoch hoch level die destiny server also denn hier hat eben geschrieben 23 uhr destiny server das ist mit stern kommt der stein in der mitte ist ähnlich so spektakulär sieht es aber auch nicht aus aber gar nicht so schlecht wenn man das so ließ angriff und rache zuwachs klar diese namen vom heiländer ist zu ließ erst was ich möchte ich nachher ist das habe ich nicht mit stern hat auch nicht und das auch nicht ja erst das erste stern item mit 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 heiländer und den neuen kopf schmuck mag eigentlich meine waldküren hörner hier aber gut dass ihr immer ein turnier gesiegt kleinere hörner dämonische hörner mit der maske sieht das ziemlich böse haus freigeschaltet durch die teilnahme an einem turnier belungen stufe legendär auch das kann man lassen ist interessant wo ich die auch schon ewigkeiten nicht mehr so wirklich gespielt habe die walküre auch schon